WIRT ist natürlich auf der A plus A, diesmal ein wenig anders aufgestellt als sonst. Herr Hortz, vielleicht können Sie mir sagen, wie das alles so zusammengestellt ist und wie Sie sich heute hier präsentieren. Sehr gerne. Also wir als WIRT-Konzern präsentieren uns hier mit drei Firmen, die zur WIRT-Gruppe oder zum WIRT-Konzern gehören und das ist einmal die WIRT-Muttergesellschaft, dann die WIRT-Modiv und die WIRT-Industrie. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Die WIRT-Muttergesellschaft hat den Bereich der allgemeinen PSA und die WIRT-Modiv produziert und vertreibt den Bereich der Arbeitsbekleidung und der Schuhe. Und die WIRT-Industrie kümmert sich um das C-Teile-Management für unsere Kunden, insbesondere da im Bereich Ausgabe, Automaten, Automation, interessante Systeme. Wie sind die auf die Idee gekommen bzw. warum kam die Entscheidung, dass Sie jetzt sich so präsentieren auf der A plus A? WIRT es bekannt unter verschiedensten Produkten, aber im Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit sind wir noch nicht so bekannt. Und wir bieten eine Menge. Und die Entscheidung, alle drei Bereiche vorzustellen, ist einfach strategisch, weil der Kunde am Ende den Bereich Arbeitsschutz als System versteht. Und wir wollen ihm ein System bieten. Wie ist es denn bislang hier auf der Messe bei den Kunden angekommen? Ich stelle fest, wir haben aus allen Bereichen, die WIRT eigentlich kennen, das heißt das Handwerk, aber auch die Behörden und die Industrie, aus allen Bereichen interessante Besucher, Großkunden, aber auch kleine Handwerksbetriebe, die wir ja eh schon kennen und betreuen, sind alle auf unserem Stand und sind überrascht über das Gesamtprogramm, was wir anbieten können und lassen sich auch gerne zeigen, was wir insgesamt haben. Das heißt, das Interesse der Kunden ist schon enorm, dahingehend, selbst wenn sie es selber für sich nicht anwenden können, für das, was wir insgesamt bieten können. Kommen wir zu einer Innovation, die Sie mitgebracht haben, da geht es um Gewicht im Grunde genommen. Richtig. Also es ist jetzt in dem Fall nichts Gewichtmäßiges für den Mensch, sondern in dem Fall auch ein Ausgabesystem, eine Automatisierungslösung, die dem Kunden eigentlich den Vorteil bietet, dass er einen Automaten bestücken kann mit Ware, mit PSA, mit interessanten Produkten, die seine Mitarbeiter im Zielteilemanagement benötigen. Und durch die Entnahme erkennt der Automat, was gerade entnommen wurde, bucht es für den Kunden, bestellt nach, wenn der Kunde es wünscht. Also ich habe eigentlich ein rundum sorglos Paket für den Kunden, wo er sagt, ich brauche mich um nichts zu kümmern, meine Mitarbeiter gehen hin, entnehmen das, was sie brauchen, haben natürlich irgendwo eine Legitimation dafür. Aber das ist, glaube ich, eine Innovation, die wir so hier auf der Messe noch nicht gesehen haben. Und das ist natürlich nur eine der Innovationen, die hier präsentiert werden von WIRT. Vielen Dank für das Gespräch heute und kommen Sie mal vorbei. Sie sind da herzlich eingeladen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.